Hätten Sie auch gerne dann passendes Personal, wenn die Arbeiten tatsächlich anfallen? Anstehende Inventuren, erkranktes Personal, kurzfristige Arbeitsspitzen, liegen gebliebene Arbeiten oder saisonale Ereignisse? In jedem Unternehmen fallen Arbeiten an, die mit der Stammbelegschaft nicht zu schaffen sind. Die Lösung dafür sind kurzfristige Jobber. Und hier kommt DodoJobs ins Spiel. DodoJobs ist eine Plattform, die Ihnen einfach, schnell und automatisiert die Jobber liefert, die Sie für anfallende Arbeiten benötigen. Sie legen auf dodojobs.de ein Unternehmensprofil an und unterschreiben ganz mühelos den Rahmenvertrag online. Dieser Vertrag verpflichtet Sie bis zur Buchung eines Jobbers zu nichts und ist kostenfrei. Jetzt können Sie bequem Ihre Jobs einstellen und nach Jobbern suchen. Hierfür geben Sie die wichtigsten Informationen zum Job ein. Sofort erhalten alle passenden Jobber in unserer Datenbank eine Benachrichtigung und können sich durch einen einfachen Klick auf Ihr Jobangebot bewerben. Sie bekommen anschließend die Bewerberliste angezeigt und können Ihre Jobber selbst auswählen. Oder Sie überlassen die Auswahl DodoJobs. Unsere Jobber erledigen die Aufgaben nach Ihren Vorgaben. Nach getaner Arbeit genehmigen Sie den Stundennachweis, können die Jobber bewerten und erhalten die Monatsabrechnung. Ihre Vorteile liegen auf der Hand. Bezahlung nur für geleistete Arbeit, keine Personalnebenkosten, schnelle digitale Abwicklung und das komplett papierlos. Nur dann suchen, wenn Sie Unterstützung benötigen. Keine Probleme bei anstehenden Betriebsprüfungen. Erleichtern auch Sie sich den Arbeitsalltag. Registrieren Sie sich noch heute auf dodojobs.de